Heute waren wir sitzen in Irgendwas und haben entschieden zu zweit hier rauszufahren, ein bisschen in die Stadt hier spazieren gehen, ja! Ich möchte gern Stadt. Ja, wir wurden, also ich wurde vorher von einer Biene angegriffen und ich hatte panisch Angst bekommen, weil die mir einfach hinterher... Ah ja, diese Information! Ah ja! So wichtig! Ah ja! Ich werde den Ballen fallen, Leute! Ja, Leute, also es ist eigentlich nicht viel mehr passiert. Wir sind dann noch einige Runden gegangen. Da war da so ein Sportblas und da war so ein Muskelbrotz, der war da halbnackig. Also halt im Oberkörperfreien hat er uns gesehen, als wir dann gekommen sind. Und halt direkt, wo wir vorbeigegangen sind, angefangen, da Liegestütze zu machen. Und als wir halt eben weitergegangen sind, hat er aufgehört. Ich denke, er hat mal fünf Liegestütze gemacht, wenn wir vorbeigegangen sind. Und heute hat er am lieben. Ich hatte die ganze Runde schon bezüglich. Das bekommt mein Kind dann morgen mal. Das bekommt meine Tochter den Ballern zu besuchen. Wir warten übrigens auf die Bestellung, die sie abgegeben hat. Auch eins tragen für den Kulnuss. Die Leute gucken, als hätten wir Gold in der Hand. Willst du auch eins? Kommen wir hoch in den TK Maxx und hier ist schon Halloween-Abteilung. Das ist das? Das ist das? Das ist das, was ich hier bin. Das ist das.